I 돼? Und damit ein herzliches willkommen zurück beim Let's Play von Happy Wheels und wir fangen auch gleich damit an! Und zwar hat sich der Fun Maker 13 gewünscht, Balcony Terror 2 von Cory 1987, ein Klassiker. wenn man das mal anmerken darf. Ich mein, Curry 1987 hat ungefähr 5 Levels bei vorgestellten Sachen und alle ultimativ genial. Und ich glaub, jeder kennt Balcony Terror. Und nun wurde sich Balcony Terror 2 gewünscht. Wir nehmen natürlich die Pogo-Stick-Typen. Der war eigentlich grafianig nicht gedacht. Deshalb machen wir das. Von wegen. Nein. Verdammt. Jawoll. Mami. Ist das denn wirklich eine gute Überlegung, hier runterzufahren? Ach, Kindchen. Das ist doch so egal. Ich meine, der Weg ist schön. Da vorne sind die Hänselzens am Speisen. Und jetzt werden wir einfach nach unten fahren und dann gemütlichen Tag gemeinsam verbringen. Ich freu mich drauf. Ich auch. Aaaaaaah. Oh Gott. Oh Gott. Mie. Ich hab'n wein. Oh nein. Arschbrauch. Und nochmal. die fette stück scheiße gehen wir aus dem weg das ist nicht zusammengekracht was war das denn auf dem weg zu denen hin ich sitze immer noch drin ich gebe nicht auf ich habe es geschafft also ich habe mir das irgendwie über die hier vorgestellt hier doch einfach mal pause zu genießen schönes level auf zur nächsten map gewünscht von asgard lp training land part 2 von jeff 020 ok wie ist das training land part 2 auch schön groß geschrieben von daher passt das glaube ich und da werden wir auch viel schnell finden das war keine dämoner ich war part 2 ja es war part 2 ich finde es nicht ich will es aber finden epic run jackass bomb survival will it blend scooter car m&m's save your girl happy weirds ich bin doof denn ich finde dieses level nicht man ist da scheiße ich will das level hier wir nehmen jetzt einfach das hier ich verstehe ich nicht naja egal auf zur nächsten map dann halt gewünscht von schoso 100 explorer guy von äh glutsch von killer jörg ok das war jawohl ok explorer konzentration anikodem explorer guy glitsch achso deshalb glutsch aha glitsch ja ey na hua irgendwie macht mit design du musst noch viel lernen du musst noch viel lernen yoga paravan nicht nur blau anzeigen du musst auch die stärke in dir finden und zwar jetzt finde stärke in dir jetzt 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 genau hit button great 5 stars achso button ok 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 los geht's ich weiß nicht was dieses level macht aber dieses level funktioniert nicht habe ich so das gefühl achso und jetzt das check ich nicht was ist das das will ich jetzt sehen so und da sind wir auch wieder naja also das waren jetzt alles verhitzt aber ich hoffe dass jetzt die richtigen levels kommen also gewünscht hat sich der game boy ja der game boy man how fucke you go von architas und wir haben sie auch schon eingetippt deshalb können wir auch sofort beginnen ähm papi kind ich weiß ganz genau was du denkst und du hast recht Oh, wie geil. Das muss ich machen. Superman! Gut. Okay. Machen wir noch ein bisschen spannender. Papi, 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 Papi. Oh, 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 oh. Was ich so eine Stimme machen kann. Au. Okay. Ich will das Monstrum in mir wecken. Okay. Was erwartet denn der von allen? Mies. Yay, Geronimo! Großartig. Nein, Great ist gut. Boah. Dammit. Oh, Superman-Arschbombe. Brilliant. Wir schaffen es noch weiter. Ich bin mir ganz sicher. Boah, ich liebe es. Tja, das war er. Los, Fahrrad! Oh, God. Oh, God. Auch nicht. Da muss es doch einen Trick geben. Ja. Ja. Ich schaff das. Ich schaff das. Nein. Mann. Oh, fuck. Moment. Geht gar nicht. Oh, God. Leben noch. Warte. Leben noch. Leben noch. Leben noch. Leben noch. Leben noch. Leben noch. Nein. Nein. Verdammt, 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 verdammt. Papi! Wo? Wo war er? Ah! All du gut, mein John. Als erstes bist du da. Was? Was? Nein, nein! Oh, nein, nein, nein! Boah. Null. Okay. Tja, es ist nur noch ein Stück Fleisch. Och, Mann, das ist doch doof. Wie kommt man denn da weiter? Was erfahrt sie denn von ein? Gut. Gewünscht von Spacko LPT. Hard Donation 2 von Jutte 13. Hm. Es werde Jutte 13. Jetzt. Nur hier. Sofort. Ohne Gnade. Erscheine der Name in Autor. Oben. Nebens. Äh, rechts neben Search und links neben Playable Characters. Bitte. Ja, und so. Ich hasse das bei Happy Wheels. Das waren jetzt eine Viertelstunde. Gut, wir machen jetzt weiter. Also, gewünscht von Spacko LPT. Hard Donation 2 von Jutte 13. Hard Donation 2 von Jutte 13. Nein. 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 Oh. Tja. Äh, lol. Ein Tor so. Hä, hä. 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 Bitte nicht. Ich bin nur schnell gestorben, dass ich noch lebe. Flieg. Flieg, Carol Ann, um dein Leben. Heißt er nicht fliegt? Nein, in dem Fall flieg. Also ein Ziel wird es in diesem Sinne, glaube ich, nicht wirklich bringen. Okay. Und jetzt? What? Nein. Okay. Ich quitte nicht. Thank you. Auch genannt Danke. Na ja, okay. Immer diese Hard Donations. Wenn man gar nichts machen muss. Also, gewünscht von Deine Bruder. Viele Grüße an Alex. AK-Kavalierpirat. 99% plus 1% impossible von Mick Gariao. Also, das ist so ein Trolling. Oh, es ist ja auch nicht 100% was da rauskommt. Wie 99% hier so bei mir. Halt, stopp. Und wie das möglich ist. Äh. Wo war jetzt das Problem? Hm? Was war da oben? Entschuldigung. Was ist da oben? Ich sehe da irgendwie nichts. Hm. Los, Joachim. Schaffst du es nochmal? Ja, ja. Ist kein Problem. Höh. Oh. Ey, warum zählt das denn nicht? Unfair. Ey, das war jetzt mal richtig unfair hier. Wir wollen doch nicht jetzt hier mal fair nochmal machen. Ne, so. So. Z. Scheiße. Was war das denn? Unfair. Hm. Ähm. Das ist nicht 9-9. Püß. Impossible. Komm. Komm. Mein Helm. Der Wind hat die Tür aufgemacht. Also fast aufgemacht. Höh. Höh. Nein. Hm. Ja. Sogar mit dem ganzen Zeug. Na gut. Ein Level noch. Und zwar von The Joy Checker. Er hat sich gewünscht. Spike Ball. Von Rayos PL. Hm. 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 Ich hasse es. Na komm. Nein. Aus. Jetzt aber. Komm schon. Drei. Okay. Zählt mal wieder alle mit. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Oh. Oh. Ihr habt nicht mitgezählt. Oh. Okay. Jetzt machen wir es nochmal. Alle gemeinsam. Wirklich. Fünf. Vier. Drei. Zwie. Stevens. Oh. Oh. Fick di Asian. Oh. volcanicتare com. Oh. Oh. Ich. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Jetzt solltest du mal hier wirklich hier so, ne? Nein, komm schon. Geht doch. Mann. Spikeball. Von Rails. P.L. Wenn er jetzt kein Spikeball hat. Was? Ficken. Dann nehme ich jetzt irgendwas anderes davon mit Ball. Ist mir egal, es ist eine Slowmotion-Demo. Gott. Und damit sage ich, hauen Sie, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, dass diesmal nix, auch gar nix, so schiefläuft wie heute. Hau und se. Nichts da. Und? Und? Und hier haben wir noch ein rouge geht. Und ich kann ja zumindest sehen, .. Alsoios hat mircessionكم Edison meldet. Und ich bin nez, ich einfach nicht mehr oder。 Und hier verh recompte ich auf nó. Und ich bin nez, meine 마스�orne. Und ich bin nez, ähnlichertic minst. Und management System, dein Bist determine semen. Das ist nezぁ, in 할게요! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020